Guten Morgen zusammen, ein herrlicher Sonnenaufgang begrüßt unseren neuen Tag. Wir nehmen euch heute mit von unserem letzten Stellplatz Vendres bei Bezirs nach Spanien, zu unserer ersten Etappe in Spanien nach Roses auf dem Campingplatz Salatá. Viel Spaß dabei! Spanien 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 Ein Dayzucca Emporia. Auch das die Tankstelle, oder? Ich mein es, ja. Der Campingplatz Salata hat uns wieder. Und glücklicherweise hat er bereits vor dem 1.3. geöffnet und wir haben für zwei Nächte gebucht, bevor es weitergeht. Und jetzt gehen wir gleich mal auf den Spaziergang, gell? Ja. Und jetzt gehen wir gleich mal auf den Spaziergang. Kamera ist dabei. Düsseldorf auch. Alles klar. Gehen wir. Machen wir's. Bis mit. Bis mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Spanien braucht den Regen Ja, da tut er heftig unter Ja, der Regenfluss All the good times just begun Ja, da tut er heftig untertitelung des ZDF für funk, 2017